Herbstlich geht es vom Wetter her weiter und auch der Wind wird nicht locker lassen. Zumindest in den kommenden Tagen bringt er uns immer mal wieder noch stürmische Böen. Besonders betroffen ist der Südwesten und hier natürlich die höheren Lagen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net. Und dazu gibt es dann häufig grauen Himmel und reichelig Regenschauer. Auch heute Abend und heute Nachmittag müssen wir mit grauem Himmel vielerorts Vorlieb nehmen und da sind dann auch schon einige Schauer mit dabei. Und so gehen wir dann auch in die kommende Nacht über. Zunächst, da schauen wir aber nochmal auf die große Wetterlagenkarte und da sehen wir schon, hier liegt Tiefdruckgebiet Katrin und Katrin hat hier eine Okklusionsfront, die wird dann auch Richtung Deutschland ziehen. Und hinter dieser Front, da kann dann schon auch kalte Luft nachströmen. Heute Nacht, da werden die Werte erstmal auf 12 bis 4 Grad zurückgehen. Besonders kühl wird es dabei entlang der Alpen. Dazu sind einige dichte Wolken unterwegs. Die Sterne können wir im Nordosten und im äußersten Norden auch mal erspähen. Ansonsten haben wir da schon eher schlechte Karten und dann sind da auch schon einige Schauer, besonders im Westen, Südwesten mit dabei. Morgen dann im Tagesverlauf jede Menge Schauer und dichte Wolken. Freundliche Abschnitte, die sind wirklich eher eine Ausnahme. Dazu kommen die Werte dann auf 11 bis 18 Grad voran. Und dann geht es auch schon am Mittwoch weiter mit Werten zwischen 9 und 17 Grad. Es wird also noch ein klein wenig kühler als am Dienstag und dazu auch wieder einige Schauer. Am Donnerstag, da fällt dann auch nochmal Regen. Vielerorts bleibt es dann aber auch schon trocken. Und stellenweise, da kann sich dann auch mal die Sonne für längere Zeit zeigen. Dabei werden dann 11 bis 19 Grad erreicht. Am Freitag, da kommen die Werte dann schon wieder auf bis zu 21 Grad voran. Auch hier hat die Sonne ab und zu die Chance. Aber es fällt auch Regen und es sind einige Schauer unterwegs. Vor allen Dingen in der Nordhälfte des Landes. Nun schauen wir nochmal auf die Bodenfeuchte von heute. Und da sehen wir schon, in weiten Teilen, da sieht die Situation wesentlich besser aus, als wir das in den letzten Wochen immer gesehen haben. Aber wir merken auch schon, besonders hier in einem langen Streifen, da würde etwas mehr Regen auf jeden Fall nicht schaden. Von daher ist es auch nicht schlecht, dass jetzt noch ein paar Regentropfen vom Himmel kommen werden. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne den Daumen nach oben da. Klickt auch noch schnell auf Abonnieren, dann seid ihr immer richtig gut informiert. Habt einen wunderschönen Nachmittag. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.